Wir singen uns in froh, sind froh, Gloria Imbes, herz ist die Ruhe. Auch wenn wir, liebe Schwestern und Brüder, heute Abend weit weniger sind als in der Christmette, sollte uns doch bewusst sein, dass wir mit diesem Tag der Epiphanie, dem Hochfest der Erscheinung des Herrn, den Höhepunkt der weihnachtlichen Zeit begehen. Alle die verschiedenen Rinnsale und Ströme, die wir seit dem Advent in den verschiedenen Schrifttexten bedacht haben, finden heute ihre Mitte und ihr Ziel. Gott zeigt sich ganz offen. Gott zeigt sich ganz offen, aber nicht nur in einem begrenzten Raum. Etwa wie wir das im Advent oft hörten, der Tochter Zion, seinem auserwählten Volk, an dessen Spitze Maria steht, die mit dem bereiten Herz, die ganz ohne Widerstand auf Gott hin ist. Gott zeigt sich nicht nur den Gerechten, wie sie Josef repräsentiert, schweigend, die Tora, das Wort Gottes befolgend und es wirklich zu tun. Gottes Wort zeigt sich offen und Gott zeigt sich offen nicht nur den Anavim, den Armen des Alten Testamentes, dem kleinen heiligen Rest, wie er von den Hirten auf dem Feld zu Bethlehem repräsentiert ist. Nein, heute zeigt sich Gott offen aller Welt. Er zeigt sich offen allen Suchenden, allen denen, die vielleicht zunächst gar keine religiöse Motivation haben, wie diejenigen, von denen das Evangelium heute erzählt, Magoi, Sterndeuter, Suchende. Sie sind sozusagen die Esoteriker der damaligen Zeit. Sie sind solche, die keine religiöse Absicht haben, aber in ihrer Offenheit und Unverstelltheit anhand des Gegenstandes, mit dem sie sich beschäftigen, geführt werden und die nicht zu schnell aufgeben, die sich nicht mit vorschnellen Ergebnissen und Zielen zufrieden geben, die sich auch von dem Palästen der Macht nicht täuschen lassen. Denn über dem Haus des Herodes leuchtet jener Stern, dem sie gefolgt sind, nicht. Sie kommen zu ihrem Ziel, beladen mit ihren Schätzen, mit dem, was sie bringen, bei einem Kind. Bei, so könnten wir sagen, dem Banalsten, was es unter Menschen gibt. Eine Mutter und ein Kind. Dort bleibt der Stern stehen, dort ist das Ziel ihres Lebens. Und dort geht ihnen etwas auf, dass der Stern, das, womit sie sich beschäftigt haben, was sie fasziniert hat, nur das Mittel zum Zweck war, nur das Vehikel, um zum eigentlichen Ziel zu kommen. Edith Stein sagt ja mal an einer Stelle, wer immer nur suchend ist und forschend, auch wissenschaftlich, und sich nicht zu schnell zufrieden gibt, wird immer bei Gott herauskommen, wird immer an diesem Ziel enden. Wichtig ist die bleibende Wachheit und die Neugier. Das, was wir dann später in der christlichen Tradition Unterscheidung der Geister nennen, um sich nicht von Herodes inklusive der Schriftgelehrten täuschen zu lassen. Gott zeigt sich also heute ganz offen und er zeigt sich in erneuter Weise auch uns, in diesem Kind, das uns Maria da hält. Und was haben wir? Was bringen wir mit? Wie sollen wir diesem Gott, der sich zeigt, in aller Offenheit, in dem der Advent zum Ziel kommt, in seiner Epiphanie, in seiner heilsamen Erscheinung, wie sollen wir ihm begegnen? Was haben wir ihm zu geben? Das Evangelium hilft uns. Es erzählt von den drei Schätzen, die diese Magoi mitgebracht haben. Gold, Weihrauch und Mürre. Wir haben eben in der Vesper, schon in einem Psalmengebet, eine Deutung gehört, die die Ostkirche bevorzugt. In diesen drei Gaben, so sagt die Ostkirche, die ja dieses große Fest mit uns gemeinsam feiert, als ihr Weihnachtsfest, in diesen drei Gaben sind die drei Tage der Grabesruhe bezeichnet. Überhaupt ist dieser Tag ja voll von der Dreizahl, die drei Mysterien, die drei Wunder dieses Tages, die Anbetung der Magie, die Hochzeit zu Kana, die Taufe Jesu im Jordan. Aber diese Dreizahl der Gaben findet auch in unserer westlichen Tradition eine ganz zahlreiche Auslegung. Was ist es also, was wir diesem sich zeigenden Gott in einem Kind in Bethlehem, was wir ihm zu geben haben? Wie können wir ihm in rechter Weise begegnen? Ich möchte Ihnen heute Abend noch einmal ganz kurz skizziert die Gedanken des uns inzwischen schon vertrauten Gerig von Inyi vorlegen, wie er seine Brüder damals ermuntert, so hartgesottene Zisterzienser, die ansonsten mit Bäumefällen und Wälderroden beschäftigt waren, was er ihnen vorschlägt. Und er beginnt bei dem, was zuletzt genannt wird, weil er sagt, es ist wahrscheinlich das Minderwertigste, die Mürre. Die Mürre, so sagt er seinen Brüdern, ist ein Bitterkraut. Das ist eine ziemlich bittere Angelegenheit. Und er sagt, vielleicht kämen wir gar nicht darauf, dass bei den Gaben, die wir diesem König, diesem Kind, dem lebendigen Gott darbringen, auch das Bittere unseres Lebens ist. Das ist ja das, was wir oft verstecken oder was wir loswerden wollen. Aber er sagt, alles Bittere, alles Raue, alles Herbe bewahrt uns vor einer ganz großen Schwierigkeit. Nämlich, es bewahrt uns vor der Fäulnis. Und Gerrick, das will ich uns heute Abend nicht antun, spricht dann auf zwei Seiten dieser Ansprache über die Würmer, über die diversen Würmer, die sich so ins Leben hineinfressen. Die Würmer der Fäulnis. Und er malt das in allen Farben aus. Haben wir ja Glück, dass wir nicht Mönche sind, dass wir uns mit diesen Würmern im Detail beschäftigen müssen. Aber wichtig, was wir mitnehmen können, dass uns auch das Bittere unseres Lebens, das, was uns manchmal so hart angeht, dass es zu den Gaben gehört, die wir Gott dar tun dürfen. Wie wir Gott begegnen können mit der Bitterkeit und Bitternis dessen, was es in unserem Leben gibt. Es bewahrt uns vor der Fäulnis, so Gerrick, und hält uns in gewisser Weise wach, dass wir dadurch zur zweiten Stufe und zur zweiten Gabe kommen, dem Weihrauch. Der Weihrauch, so Gerrick, ist die Andacht, die unser Leben braucht. Und zu ihr finden wir erst, wenn wir das Bittere unseres Lebens angenommen haben, wenn wir uns durch dieses Bittere, ja, man könnte sagen, hindurchgefressen haben, wenn wir es, wir sagen das heute neudeutsch, verarbeitet haben, soweit man das kann. Wenn wir es angenommen haben, dann finden wir zu einer rechten Andacht. Der Weihrauch, den wir verbrennen, ist das Zeichen dafür. Ein altes Zeichen, wie die Liturgie es immer sagt und wie wir es im Advent bei den Ohrantifonen so eindringlich gesungen haben, dass unsere Gebete, alles das, was unser Herz hervorbringt, zu Gott aufsteigen kann. dass es nicht niedrig gehalten wird, sondern den Weg zu Gott hin findet, so wie die Weisen aus dem Osten den Weg zu diesem Kind gefunden haben. Und schließlich, das kann man nun von einem Abt bei Mönchen nicht anders erwarten, so sagt er, aber es geht auch uns an, das Gold ist die Gabe der Kontemplation. Kontemplation ist ja kein verstecktes, verhuschtes Leben, das sich irgendwo in einer geistlichen Knusselecke abspielt und nur was für ganz wenige Spezialistinnen oder Spezialisten wäre. Kontemplation ist, mit dem ganzen Leben geöffnet sein für den lebendigen Gott und ihn anschauen wollen, ihn betrachten wollen und alles, was das Leben ausmacht, in dem das Bittere mitgenommen wird, in dem die Gebete sich ganz auf ihn hin orientieren und alles, was im Leben eine Rolle spielt, dann ein Ziel und eine Mitte findet in der Schau Gottes. So wie sich Gott heute sehen lässt in dem Kind, das auf den Armen seiner Mutter ist, in dem diese drei, die da kommen, sich neigen mit ihren Gaben und ihm huldigen und ihn anbeten. Das ist das Ziel allen christlichen Lebens, in der Kontemplation, in der Anbetung auf Gott hin orientiert zu sein und genau daraus zu wissen, dass wir uns nicht vor der Welt verstecken. Die drei bleiben nicht in jenem Haus in Bethlehem, wo sie das Kind und seine Mutter finden, sondern sie gehen nach Hause zurück. Aber sie gehen, wie es der Evangelist sehr fein bemerkt, anders zurück. Auf einem anderen Weg, nicht auf den Spuren, die die Macht ihnen weist, Herodes mit seinen Hintergedanken, sondern sie gehen anders zurück, weil sie verändert sind, weil sie schauende Menschen geworden sind, weil sie suchend waren und nun schauen durften, weil sie, so könnte man sagen, in der Kontemplation, der Betrachtung Gottes zu Hause sind. Gott, das Ziel unseres Lebens, ist an diesem Tag Menschen, die suchen und sich nicht täuschen lassen, zu einer Heimat geworden, zur Heimstätte, wo unser Leben, all unser Sehnen und Suchen mit allem Bitteren, Schönen und Wahren zum Ziel kommt. das Ziel kommt. Pflöten und